So, ich habe gerade noch etwas geändert. Also eigentlich noch selber. Ich habe es auch mal ein bisschen auseinander gestellt. Fällt eigentlich nicht auf, aber wenn ich das nicht mache, dann hängen wir uns und rutscheln. Das rutscht ja immer der hier, weil wenn ich da was verstehe, das steht ja nicht nur in Plastik, das rutscht hinher. Und dann müssen die auch verschieben ein bisschen auseinander, dann bleiben die nämlich so stehen, wie sie sind. Ich sage immer, wir rutschen da so stark rum, dass das Kabel dann spannend und zieht sich einfach. Ich könnte jetzt nochmal die Kamera angucken. Okay. Da hat man so ein Stück Entfernung hier. Ich glaube ich so ein Stück. Ja, fast so ungefähr. Das ist so in Ordnung. So, dann geht es jetzt nochmal ab. Halli. Abonniert! Ja! 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 Dank gän! Ja! 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 Ich hab's auch schon ein bisschen langsamer gestellt, die Geschwindigkeit, das war ein Tick schneller. Jo, bis dahin und ciao.